Ihre Kunden rufen an, wenn ihre Lichter flackern oder der Strom ausgefallen ist. Die Lösung dieser Probleme kann zeitintensiv und mühsam sein. Wir stellen vor, Flugserie 1740. Mit den dreiphasigen Netzqualitätsloggern der Flugserie 1740 können Sie Fehler beim Energieverbrauch finden und quantifizieren, sowie Netzqualitätsuntersuchungen einfacher denn je durchführen, selbst unter rauen Umgebungsbedingungen und ohne Steckdose. Konfigurieren Sie Ihren Logger zuverlässig. Überprüfen Sie, dass die Verbindungen korrekt sind oder verwenden Sie die automatische Korrekturfunktion für schnellen Problembehebungen. Erfassen Sie Ihre Daten und vergleichen Sie Daten zur Erkennung von Anomalien. Zum Schluss können Sie einen standardisierten Bericht auf Tastendruck oder einen individuell gestalteten Bericht mit Ihrer Organisation oder Kunden teilen. Es ist wirklich so einfach. Zuverlässige und einfach durchzuführende Netzqualitätsanalyse. Erfahren Sie mehr auf www.flug.de-1748